gut wir ziehen wir alle aggro hier die meisten und dann würde ich sagen flambieren wir diese ganzen penner hier nach komm hier ja da hast du recht das war einfach zu einfach wir brauchen härtere gegner zum beispiel wie den drachen oder so der drache war der härteste gegner überhaupt wir haben die jetzt erledigt und jetzt kommen ja ich bin ja da ja kommen wir gehen jetzt wieder nach hause also hier hier rein und schauen was der typ jetzt hat wir haben ganz schön viel zu verkaufen hier das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das nicht das nicht das nicht das auch nicht das schild brauchen erst recht nicht den schmerz brauchen auch nicht jetzt habe ich die handschuhe verkauft das wollte ich nicht was sehen meine augen sofort kaufen das hat sich gereimt es war spontan was sehen meine augen das will ich kaufen und ich schätze mal wir müssen wieder schmieden wir kommen nicht drum herum die glocken läuten kann man das auch raus schmieden das zeug weil ich weiß nicht unbedingt verkaufen jetzt ach komm wir können direkt anlegen dann hätten wir eine super tolle 84 ach weißt du was wenn wir heute so im kauf raus sind holen wir uns direkt neue kanone und holzen die hier rein und jetzt haben wir noch die handschuhe 37 die kann man auch verkaufen dafür hätten jetzt einmal waren es jetzt die richtigen 37 33 war das ne oder 34 ok 36 hätten ja dann könnte ich die sachen rein schmieden und vom gürtel gürtel lege ich auch an dabei müsste ich berücksichtigen dass ich die handschuhe noch anziehen müsste aber erst schmiede ich da was rein gut so kaufen wir die ganzen heiltränke noch mal und hier ist immer auch fertig oder akku wir können immer weiter tränke kaufen das ist ja geil guck mal an hier jetzt ach du scheiße wie brauche ich die tränke ich glaube jetzt reicht es erstmal mit den tränken wo war denn das schmied gleich noch mal alter wie schnell ich renne das ist ja krank boah so kommen wir auf jeden fall schneller voran gut und jetzt entschmieden wir die sachen und was nehmen wir denn da am besten hellen schlund plus 1 kampf dämonen attacke plus 1 davon haben wir zwei von dem haben wir noch ein komm wir nehmen den raus und dann können wir das teil nicht verkaufen und jetzt schmieden wir das hier sitzen ne ach nee ja ist egal den wollte ich ja verkaufen habe ich vergessen genau dem wollte ich ja etwas einschmieden und zwar fleisch zu stein phasenverschiebung was was ist das gut kann man auch den ring hier einschmieden dass man ringe einschmieden kann das hat mir auch niemand gesagt setzt ein bisschen ärgerlich okay planänderung wir machen das jetzt mal gehen noch mal zum shop und kaufe ich noch mal noch ein paar ringe ich gebrauchen könnte aber man gibt es noch ein paar ringe drei und achtzig drei und achtzig zum beispiel den hier den könig kaufen 81 so ich bin etwas verwirrt sorry für das plus fünf angriff hat der aha eigentlich okay dann tue ich die hier rein was ist mit was war mit dem achten kann ich nicht tragen ein 80 und toten schaden aha okay das war jetzt natürlich nicht vorhersehbar die kann aber einschmieden dann hätten wir das aber auch gesichert kann ich das jetzt behaupten schutzfeuer so jetzt probieren dass wir noch mal okay es klappt nicht dann schmied ich jetzt die sachen erst einmal ein ja wie schnell wir sind das ist ja und sind wir so schnell hat das ist wegen den ja das ist wegen den gürtel haben wir nämlich 34 geschwindigkeit und jetzt können wir nämlich was war es die handschuhe genau da können ich jetzt hier das einschmieden und zwar warte mal schutz 11 21 ich würde sagen das schmieden mal ein dann hätten wir das auch eingeschmiedet dann wollen wir kommen wir noch mal weiter hier wir könnten aber noch mal hier feuerschaden plus 10 energieplätze den helm könnte man doch mal hier was auf den scheiterhaufen harter schlag wir könnten das hier einschmieden dass das hat sich so interessant an der troidenhügel genau jetzt sind wir da fertig glaube ich ja so weit hätten wir alles fertig ich weiß nicht was das ist hier das symbol aber so schnell waren wir noch nie also das ist echt geil jetzt sind wir wenigstens schneller es wurde auch mal zeit aber jetzt können wir auch die hier verkaufen das hier und das das kann man auch verkaufen das nütz und nütz guck mal was vielleicht gibt es da neue waffen oder so die kann ich auch nicht nehmen aber guck mal was der gladiator hier für waffen hat die sind schon geil die gladiatorwaffen 172 179 82 okay das sind wahrscheinlich alles schlechtere teile für mich ich bräuchte aber langsam mal wieder einen neuen helm weil der helm ist ein bisschen kacke weil ja ich glaube es wird langsam zeit die kiste zu suchen diese schwarze kiste die die haben auch noch nicht aufgemacht hier und wieder gold gefunden und natürlich wieder was zum verkaufen aber ich suche eigentlich die schwarze kiste ich glaube die war hier hinten irgendwo genau die war hier ja du bist schon da jetzt können wir hier die ganzen sachen wieder reinschmeißen die wir nicht brauchen und jetzt können wir uns überlegen die neue rüstung anzuziehen dabei würde ich sagen verkaufen wir den bogen erstmal wieder und dann schmieden wir mal die diese rüstung um das wird interessant diesmal also weil ich ganz weit rumlaufe das ist schon interessant und jetzt können wir das verkaufen willbo was machst du denn immer du sollst doch die leute nicht töten wir haben ja doch gar nichts getan aber was für eine feuerschaden okay gift gift zauber ach das ist für zauber das ist für uns überhaupt nichts zu gebrauchen erhört alle schaden schadensarten jetzt ist die frage wollen wir auf verteidigung gehen oder auf jetzt müsste ich wieder zur kiste gehen es ist ein bisschen nervig gerade aber sorry leute das muss manchmal auch sein kann ich mir nicht direkt aus der kiste das passende raussuchen was ich brauche oder mir ungefähr vorstelle so ich würde sagen wir brauchen etwas schönes wirbelschlag plus 1 wasserform plus 1 kampf tritt kampf tritt irritation plus licht wirbelschlag wirbelschlag eisplitter eisplittert sich gut an spirituelle äh heilkraft katarakt katarakt der wendigkeit auge des geistes hört sich auch interessant an was ist das überhaupt hier kann man auch wegschmeißen wo waren das jetzt hier eisplitter ähm gegners leben aussaugen wolf ok dann lassen wir das da nehmen wir das mit leben aussaugen weil es hört sich ziemlich geil an also ziemlich gut an weil hier untöde und so ja da kann man ja nur eine sache einschmieden und die haben ja verschiedene farben habe ich gesehen also einmal gelb einmal weiß einmal rot ich weiß nicht was das genau bedeuten soll also die farben jetzt meine ich haben die irgendwie einen speziellen idealwert oder so na guck mal hier ist ja gelb und da ist rot und da ist weiß das haben wir jetzt auch eingeschmiedet und jetzt können wir uns die neue Rüstung anziehen ein bisschen weniger aber mal gucken guck mal 193 und jetzt ok einmal jetzt nochmal hier warte warte 907 also ich gucke hier gerade auf den Wert ah ok jetzt habe ich 895 Giftschaden habe ich 15 15 ähm Resistenz ich bräuchte mehr Giftresistenz weil ich kriege ein bisschen auf die Fresse manchmal Feuer und Gift wäre noch interessant ja das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben wie ich das machen soll mit den Giftschaden wie ich den erhöhen kann also dass ich nicht so auf die Fresse kriege und so das wäre mal sehr sehr interessant und jetzt ist das Ende also für diese Aufnahmesession ich denke mal ich habe genug und mir hat es auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht mit euch und schreibt einfach mal in den Kommentaren was ich alles so gefragt habe ich habe ja echt keine Ahnung mehr und ähm eine kleine Randinformation am Rande ich würde sagen ähm Terraria oder so weiß ich nicht macht mir nicht mehr so viel Spaß hätte ich eigentlich gar nicht anfangen sollen weil da können jetzt Darksiders 2 dazwischen rutschen und Terraria zum Nebenprojekt werden das heißt also so Lückenfüller oder so das wird noch weiter passieren und so aber sehen wir einfach mal okay ist auch egal ich sage jetzt Tschüss oh Schmetterlinge Wilbur äh unterhält sich mit jemandem egal tschau bis zum nächsten Mal euer Potti